Mein Predigtitel lautet Erst Wasser, dann Feuer, dann Oggon. Mein erster Gedanke dazu ist, hinken oder stehen. Ich möchte euch ein Bild zeigen. Das kennen die meisten. Das hat Leonardo da Vinci gemalt. Aber dieses Bild hat eine Geschichte. Und zwar Leonardo hat jede einzelne Figur von echten Menschen abgezeichnet. Er hat sich die entsprechende Person rausgesucht. Und hat dann anhand dieser Person seine Charakteren gemalt. Und er ist fast fertig. Und es fehlen noch zwei Personen. Jesus und Judas und er fängt an zu suchen, wo er eine Person findet. Und er fängt an zu suchen, wo er eine Person findet, die so aussieht wie Jesus. Und irgendwann sitzt er im Gottesdienst und sieht in einem Chor eine junge Person, die ein ganz zartes Gesicht hat, die ein ganz zartes Gesicht hat, und ganz freundliche Züge. und er geht danach auf die Person zu und fragt, ob er diese Person abzeichnen kann. Und er fragt, ob er diese Person abzeichnen kann. Die Person kommt zu seiner Galerie. Und der Person kommt zu seiner Galerie. Er zeichnet sie ab. Und er risset ihn. Jesus ist geschafft. Jesus hat ihn rissiert. Jetzt fehlt nur noch Judas. Und er geht auf die Suche. Und er sucht. 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 Drei Jahre lang. Und irgendwann auf einem Spazierweg sieht eine Person am Wegesrand, der liegt auf der дорогie, offensichtlich betrunken, und er guckt die Person an, und er denkt sich, und denkt sich, das könnte passen. Und er weckt die Person auf, und er fragt die Person, ob sie mit in seine Galerie kommen kann. Er zeichnet die Person ab. Er schreibt die Person ab. Und die Person wacht auf. Und die Person guckt herum. Er sagt, hier war ich schon mal. Und er sagt, ich bin hier schon mal. Und das Bild kenne ich auch. Und ich weiß mich auch schon mal. Du hast mich vor drei Jahren schon mal abgezeichnet. Und was Leonardo nicht erkannt hat, ist, dass es dieselbe Person war, aber vieles hat sich verändert. Aber vieles hat sich verändert. Und diese Person hat ein anderes Gesicht bekommen. U этого человека изменилось лицо. Der selbe Mann mit zwei Gesichtern. Одin человек und zwei лица. Vermische das Heilige nicht. Не смешивай, Святое. Vermische das Heilige nicht. Не смешивай, Святое. В одно мгновение у тебя это лицо. В одно мгновение у тебя это лицо. И в другое, другое лицо. И я хочу еще раз прочитать это местописание Третье Царство 18, 21. И там написано. И Илья говорит народу Божьему, Wie lange как долго hinkt ihr noch auf beiden Seiten на оба колена. Wenn Jahwe Gott ist, dann folgt ihm allein. Тогда ему одному, следуйте за ним одним. Wenn es Baal ist, dann folgt nur ihm. Тогда следуйте за ним. Но народ не показывал реакции. So, dieses Volk этот народ это символически как христиане. Это народ Божий. Und sie sind immer noch zum Gottesdienst gegangen. И они идут на собрание. Und sie haben auch immer mal wieder gebetet. И они молились. So, und Илья spricht zu ihnen. Но Илья говорит им, dass sie mit einem Fuß in der Welt stehen und mit der anderen in Gottes heiligen Ort на святом месте. Und sie hinken von einer Seite zur anderen Seite. So, aber die Kinder Gottes sind berufen ein heiliges Leben zu leben. Святую жизнь. Und nicht in Sünde und in Heiligung. Nicht in Sünde und in Heiligung. не жить в грехах и в святости. So, ich weiß nicht wie es dir geht. Я не знаю на каком ты месте. Aber ich liebe unseren Jesus. Но я люблю Иисуса. Weil Jesus ist so anders. Он другой. Seine Liebe ist so vollkommen. Его любовь она совершенная. Seine Liebe ist so echt. И она настоящая. Und nicht gleichgültig. И она неравнодушная. Und weißt du Jesus hat für uns das Beste im Sinn. И он имеет самые лучшие намерения о нас. Aber er weiß dass Sünde uns zerstört. Что Grех разрушает нас. Что Grех ломает нас. Что Grех разрушает нас и людей окружающих нас. Поэтому Иисус говорит в его Любви die Wahrheit aus. Истину. Он говорит Grех zerstört dich. Разрушает тебя. Сünde bringt dir nicht das. И Grех не принесет тебе то was du dir von versprichst. Что ты ожидаешь. Und wir sehen einen Abschnitt in der Bibel. И мы видим отрывок из Библии in Galater 5 Vers 18 wo verschiedene Sünden aufgezählt werden. Aber was ich sehe hinter jeder Sünde steckt eine Sehnsucht. Aber diese Sünde kann deine Sehnsucht niemals sättigen. Hier steht zum Beispiel sexuelle Unmoral. Pornografie Ehebruch Blut Prostitution Prostituция Frauen Männer mit Begierden anschauen Wersedling Warum tun Menschen das? люди это делают? Потому что они имеют стремление к принятым. Sünde kann uns das niemals geben. Sünde wird uns den Tod bringen. Sünde wird zerstören unser Leben bringen. Aber Jesus will uns wahre Liebe geben. Das heißt die Frucht des Geistes ist Liebe. Aber die Liebe Gottes ist nicht in der Sünde zu finden. Nur in der Heiligung. So dann geht es weiter. Götzendienst Menschen versprechen sich, wenn sie etwas anbeten, etwas klammern. Sei es der Beruf, sei es Finanzen, sei es irgendwas und woran sie sich erhoffen, dass sie dort ihr Glück finden. Und sie halten es fest. Hoffentlich bekomme ich mein Glück hier. wirst es da nicht finden. Deine sehnsucht nach wahren Frieden tue strenmlinge in der Heiligung. In der Heiligung. Menschen sind eifersüchtig. Menschen sind eifersüchtig. Neidisch. Zavidue. Die sind nach Frieden. Aber Frieden ist nur bei Gott für und Elia spricht zu dem Volk, wie lange noch, wie lange noch, wie lange noch, ihr wollt ihr auf beiden Seiten hinken, ihr wollt beides vermischen, ihr wollt ihr beide Seiten smischen, ihr wollt die Sünden und die Götzen zusammen, ihr wollt ihr mit Gottes Heiligen und Gottes einzigen Ruf und Elia sagt, wie lange noch, und ich möchte etwas verraten, wir können nicht, wir können nicht, wir können nicht leben, ohne den Heiligen Geist, ohne den Heiligen Geist, du kannst noch so anstrengen, noch so kämpfen, du kannst noch so so kämpfen, wir können es nicht schaffen, ohne den Heiligen Geist, wir brauchen ihn, wir brauchen ihn, aber worüber spricht Jesus im Neuen Testament, er spricht nicht von Isolation, sondern von Trennung, von Trennung, so wenn du ein Bild an die Wand nageln willst, und der Nagel ist sehr dünn, und du schlägst mit dem Hammer drauf, wenn du ein bisschen daneben haust, triffst deinen Finger, so jetzt wird nicht ein Gedanke sein, ich ziehe besser Handschuhe an, dann tut es beim nächsten Mal nicht so weh, oder? vielleicht einigen, so ein normaler Gedanke ist, der Hammer darf meinen Finger nicht treffen, der Hammer und mein Finger müssen getrennt bleiben, sie dürfen nicht zusammenkommen, und genau so sagt Jesus, Sünde gehören nicht zum Volk Gottes, es gehört nicht zusammen, so wie der Hammer und der Finger sondern in Heiligungsleben zu leben, ich will den Vers noch mal lesen, ich will den Vers noch mal lesen, ich will den Vers noch mal lesen, Ilya spricht zum Volk Gottes, Ilya говорит народу Божьему, wie lange, hinkt ihr noch auf beiden Seiten, wenn Jahwe Gott ist, dann folgt ihm allein, wenn es Baal ist, dann folgt ihm, aber das Volk reagierte nicht, und der народ nicht reagierte, so wenn die Welt dir die Erfüllung gibt, von der du glaubst, dass es alles ist, also wenn wir glauben, dass die Welt uns erfüllt, dann folgt der Welt, dann folgt der Welt, sagt Gottes Wort, aber wenn du glaubst, dass Gott allein dich erfüllt, dass Gott allein dich erfüllt, dann folgt Gott allein, dann folgt Gott allein, aber nicht beides zusammen, aber nicht beides zusammen, nicht beides zusammen, nicht beides zusammen, es geht nicht darum, sich zu isolieren, jetzt kann ich mit keinem Menschen reden, jetzt kann ich nirgendswohin gehen, weil überall sind sünde und versuchungen, sondern mit Werten, an den Ort, in den местen, wo sünde regiert, stehen wir ein, mit Werten, die Gottes Wort meint, die нам daет das Wort Bolle, den Wert der wahrer Liebe, innerhalb der Ehe, den Wert von wahrer Freude, den Wert von wahren Frieden, den Wert von Treue, den Wert von Geduld, den Wert von großzügigkeit, den Wert von Freundlichkeit, von Selbstbeherrschung, und Sanftmut, die neuen Früchte des Geistes, sind unsere Werte, und mit diesen in unseren Herzen, gehen wir an die Orte, und wir bringen Licht und Wahrheit an diese Orte, und wir bringen Licht und Wahrheit an diese Orte, Amen, jetzt kommt zu meinem zweiten Gedanken, und zweite мысль, bau den Altar Gottes auf, ein Pastor hat die todkranken Menschen im Krankenhaus besucht, und er wollte eine Person besuchen, von der die Krankenschwestern gesagt haben, geh da nicht rein, er hasst Pastoren, und dieser Pastor sagt, keine Angst, und er hat starke Nerven, und er macht die Tür auf, und die Person guckt, wer bist du, und derjenige schaut, wer bist du, ja, ich bin Pastor Busch, er sagt, ich bin Pastor Busch, er sagt, ah, Herr Busch, komm herein, er sagt, oh, Herr Busch, lasst uns reden, und sie reden schon bald über Jesus, und er fragt die Person, woran glaubst du, die Person sagt, ich glaube an Hekel, Nietzsche, und dieser Person sagt, ich glaube an Hekel, Nietzsche, das sind Atheisten, die sich die Welt auf logische Weise erklären, das ist meine Weltanschauung, darauf stehe ich, und der Pastor guckt ihm die Augen, und er sagt ihm, dieser Glaube ist kein Cent wert, weil wenn du mit diesem Glauben vor Gott eines Tages stehen wirst, wenn du dieser Glaube gar nichts bringt, du brauchst einen Glauben, die dich vor Gott bestehen lässt, die dich vor Gott bestellen lässt, und er fragt, ja, soll ich jetzt alles über Bord werfen, und er fragt, ich muss alles über Bord werfen, ich habe jahrelang so gelebt, ich habe jahrelang so gelebt, und er sagt, ja, und er sagt, ja, lass es los, schmeiß es weg, diese Glaube ist nicht tragbar, allein der Glaube an Jesus Christus rettet, allein der Glaube, Jesus nachzufolgen, mit ganzem Herzen, ungeteilt, und die Glaube, die uns rettet, baue den Altar auf, gießt das Wasser aus, und wir haben hier gerade im Theaterstück gesehen, dass Elia dreimal Wasser gegossen hat, auf das Opfer, und Wasser stand, für Buße, für Pokajen, oder symbolisiert Pokajen, im Neuen Testament sehen wir, dass Johannes der Teufel, er hat die Menschen getauft, dass Ioan Kräftig, er hat den Untertitel, ... in die Buße, w Pukajen, dass ihre Sünden bekennen, und Buße tun, und kaaien wir uns. Ich stelle mir das so vor, ich stelle mir das so vor, da kommt ein Pharisäer, da kommt ein Pharisäer, er kannte Gott ja eigentlich, er kannte Gott ja eigentlich, aber er wusste einige Sachen stimmen seinem Leben nicht, aber er wusste einige Sachen stimmen seinem Leben nicht. Jetzt kommt er so ganz vorsichtig zu Johannisem Teufa, und denkt sich, ja, ich habe ja schon ein paar Sünden. Und er denkt, ja, ich habe ja schon ein paar Sünden. Johannes, kannst du mich auch taufen? Aber, Johannes, kannst du mich auch taufen? Und er sagt, was Johannes ihm sagt. Er sagt ihm, du schlangenbrot. Er sagt ihm, du schlangenbrot. Du falscher Mensch, sagt er. Du falscher Mensch, sagt er. Bring dir buse, würdige früchte. Bring dir dasst, würdige früchte. Und was diese Stelle deutlich macht. Und was diese Stelle deutlich macht. Gott spielt keine Spiele mit uns. So, wir haben es zu sehr gelernt. Heute sündige ich. Morgen bitte ich um Vergebung. Zavher ich pröschte, übermorgen sündige ich wieder. Und es ist ein Spiel hin und her. Und es macht uns auch noch Spaß. Erst habe ich jetzt schlechtes Gewissen. Dann reinige ich es wieder. Und dann mache ich weiter. So, Gott spielt keine Spiele mit uns. Gott will, dass wir in wahre Freiheit hineinkommen. Und Gott will, dass wir in wahre Freiheit hineinkommen. Er will, dass unsere Sehnsucht wirklich gestillt wird. Und er will, dass unsere Sehnsucht wirklich gestillt wird. Johannes spricht davon, Sünde abzuschneiden. Und er sagt in der Berge Predigt. Wenn dein Auge dich zu Sünde verführt, reiß es heraus. Wenn dein Arm dich zu Sünde verführt, schneid ihn ab. Und dann geht es weiter. Dann ist es besser, nur mit einem Auge in den Himmel zu kommen oder nur mit einem Arm in den Himmel zu kommen als mit beiden Augen in die Hölle. Wo ist die Liebe? Das ist die Wahrheit. Und Jesus lieb ist Wahrheit. Und er weiß, wenn Wahrheit nicht in unser Herz kommt. Und er weiß, wenn Wahrheit nicht in unser Herz kommt. Wenn wir nie seine ganze Liebe empfangen können. So, was meint Jesus jetzt damit? So, ich glaube daran, dass Jesus damit meint, drastische Maßnahmen zu unternehmen. Um Sünde wirklich abzuschneiden von unserem Leben. Um Sünde wirklich herauszureißen von unserem Leben. Und drastische Veränderung in unserem Leben zu unternehmen. Konkretные изменения, weil es uns ernst ist. mit der Buße. Mit der Buße. So, ich hatte ein Erlebnis. Und mir war ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen Und ich war im theologischen Seminar. Und ich war im theologischen Seminar. Und ich habe dreieinhalb Jahre dort gelernt. Und ich habe BaFöG bekommen und ich wollte mit dem BaFöG das Geld schon mal sparen, um den BaFöG am Ende wieder zu bezahlen. Und anscheinend habe ich so ein bisschen Sparsamkeit mitbekommen. Und ich habe sogar auf Frühstück und Abendessen so verzichtet, es einzukaufen. Und ich habe nicht gekauft, weil ich Mittagessen von dem Studium bekommen habe. Und ich war so ganz glücklich. So, yes, ich kriege das Sinn. Ich habe ausgerechnet, das muss alles passen. Und ich spreche sie, und ich schätze das, was ich habe. Und ich gehe sehr weise damit umый год und ich gehe sehr weise damit. Ihr geht ins Kino, ich nicht. Und Samuel Samuel, du bist einen Schritt zu weit gegangen. Ich wollte dich einsehen. Und ich bin im Gebet. Und ich liebe unseren Jesus. Und er spricht zu mir. Samuel, Geiz ist in deinem Herzen. Und ich so, Jesus, ich versuche doch klar zu kommen in mein Leben. Und ich sage, Jesus, ich versuche doch einfach zu machen in mein Leben. Aber Jesus spielt keine Spiele mit uns. Geiz ist Geiz. Geiz ist Geiz. Und ich merke, dass es seine Liebe, die mich überführt, die mich überführt, es ist keine Verwaltung. Es ist keine Verwaltung. Es ist Wärme zu spüren. Es ist Annahme zu spüren. Es ist Annahme zu spüren. Und das große Verlangen von Jesus. dass ich die wahre Fülle von Großzügigkeit empfange. Und ich habe Buße getan an diesem Tag. Und ich wusste, es bringt nichts, wenn ich einfach nur ausspreche. Und ich wusste, dass es nichts mehr bringt, wenn ich es einfach nur ausspreche. Es braucht mehr. Es braucht mehr. Und ich spürte, dass Gott mich zu einem Schritt herausfordert. Und er sagte, und er sagte mir, spende diesen Betrag in meiner Gemeinde. Und ich hatte jahrelang gespart. Und ich habe jahrelang gespart. Aber ich merkte, mein Jesus, gibt mir alles, was ich brauche. Alles, was ich brauche. Und ich habe mir das. Es kann mir nicht geben. Es kann mir das nicht geben. Es kann mir das nicht geben. Und wenn du dich so sehr sehnst, warum du dich so sehr sehnst, wirst du dich so sehr sehnst. Gräch hat das Ziel, dich zu zerstören. Er möchte dich zu zerstören um die Menschen um dich herum und die Menschen um dich herum. Und als ich das für mich erkannte und diesen Schritt dann auch gemacht habe, und ich habe diesen Schritt gemacht, als ich diesen drastischen Schritt für mich gemacht habe, als ich diesen drastischen Schritt für mich gemacht habe, mein Herz verändert, und mir gezeigt, Samuel, der Weg ist großzügigkeit zu leben, der Weg ist großzügigkeit zu leben, du hast von Geiz versprochen versorgt zu werden, und du denkst, dass die Gäste dich zu verabschiedet. Aber der Weg ist großzügig zu sein, und in Glauben zu geben, und Gott wird mehr zurückgeben, und Gott wird mehr zurückgeben. Die Prinzipien Gottes sind so entgegengestellt zu den Prinzipien der Welt. Aber der Ziel von Sünden ist immer das selbe, aber der Ziel von Sünden ist immer das selbe, Befreiung, Heilung, und Segen, und Segen. Das ist Gottes Wunsch für dein Herz. Das ist Gottes Wille für dein Leben. Das ist Gottes Wille für dein Leben. Und ich komme zum letzten Gedanken. Der Regen kommt. Ich erinnere mich an die Situation. Ich war der Hauptverantwortliche von einem Kinderzeltlager. Ich glaube, ich war so 18 oder 19. Auf jeden Fall sollten an einem Nachmittag Spiele gespielt werden auf der Wiese. Und es hat geregnet. Und es hat ein Stöme. Ein Stöme. Und die Wettervorher haben gesagt, es wird den ganzen Nachmittag regnen. Und ich dachte mir, man könnte darauf spekulieren, dass es nicht so sein wird, dass es den ganzen Nachmittag regnet. Oder ich kann ja beten. Jesus hat es ja auch gemacht. Also ich ziehe mich zurück und fahre an zu beten. Und ich bete und mache ein Auge auf und es regnet immer noch. Schnell wird zugemacht und weiter gebetet. Jesus, die armen Kinder. Siehst du nicht die Kinder? Es wird weniger. Jesus, jetzt das ganze Wunder. Jetzt das ganze Wunder. Beide Augen auf. Es regnet wieder ein Ström. Jesus, bitte. Wenn schon nicht für die Kinder, dann wenigstens für uns Leiter. Weil wenn die nicht ausgepowert sind, kriegen wir das ab. Hab Erbarmen. Wenn uns Leiter es regnet ein Ström. Und in diesem Moment kommt mir ein Gedanke. Und dann kam ein Gedanke. Samuel, fokussiere dich nicht auf den Regen. Samuel, fokussiere dich auf den Regen. Fokussiere dich auf Jesus. Und ich merke, wow, okay. Und ich drehe zu einem wenig zurück und fange an Lobpreis zu machen und beginne mich Jesus zu anbeten, wie wunderbar unser Jesus ist. Wie einzigartig, unendlich gut. Und ich bin voll im Lobpreis drin. Und nach einer gewissen Zeit ich mache die Augen auf und aufgehört zu regnen. Dögen nicht. Und ich sehe schon, die bereiten schon alles vor, um die Spiele vorzubereiten. Und ich dachte mir, denken bestimmt zu und ich habe, das Wetter vorher sei, hat sich getäuscht. Und ich denke, dass der Prognose der Pogos war nicht oder falsch. Aber Gott macht ein Gutes. Gott antwortet heute noch auf den Gutes. Und Gott will heute noch dein Gutes beantworten. Und Gott will heute noch dein Gutes beantworten. Wenn es ungeteilt, von ganzem Herzen auf Gott gerichtet ist, wenn Gott gerne gibt, dann will Gott gerne geben zu seiner Zeit. Das Feuer, das Feuer Gottes bringt Veränderung. Elia betete, Elia betete, und das Feuer Gottes kam, und verzerrt das Opfer, und sorgerte das Opfer. Und Borscher kann nur kommen, wenn es kein Opfer gibt, wenn es kein Opfer gibt, kann Gottes Feuer auf nichts fallen, dann wird Borscher Oggon nicht mehr auf nichts fallen. Und ich möchte dich heute so ermutigen. Gib Gott deine liebgewordenen Sünden. Gib Gott all deine Götze. Gib Gott alles, was dein Leben blockiert und zurückhält. Leg es vor ihm hin. Und das Feuer ist als Symbol für Reinigung und die Kraft des Heiligen Geistes. Und die Kraft des Heiligen Geistes. So der Heilige Geist kommt, um das zu verzerren, was an Sünde da ist. und du kannst es alleine nicht schaffen. Genauso wie du ein Stück Papier und du kannst es abschneiden. Du kannst die Ecken abschneiden. Und du kannst versuchen, ich werde jetzt versuchen, besser zu leben. Ich werde jetzt versuchen, weniger zu sündigen. und ich werde jetzt versuchen, es besser zu machen. Ich möchte sagen, am Ende ist es immer noch Papier. Am Ende ist es immer noch Sünde. Und in der Zeit ist es immer noch Griech. Egal, wie du es ausschneidest. Es muss erst vorher Gottes kommen, um die Substanz davon zu verändern. Und wir können von außen unser Leben verändern. Wir können so aussehen, als wir alles in Ordnung nach außen hin. Aber es wird sich hier nichts verändern. Aber wenn Gottes Feuer kommt, so wie auf dieses Papier, wird es die Zusammensetzung von Papier verändern. Und genau so passiert dieses Wunnen. Der Heilige Geist kommt in unser Herz. Und er verändert unser Herz. Er verändert unsere Natur. Dass wir es lieben, in Heiligung zu leben. Es lieben, in Wahrheit zu leben. Es hassen, in Sünde zu sein. Es lieben, in wahrer Freude und Frieden zu sein. Wenn der Heilige Geist in uns kommt, verändert er unser Leben. Nur er kann es tun. Es gibt keinen anderen Weg. Lieber Bruder, liebe Schwester, versuch es nicht weiter alleine. Versuch es nicht zu verstecken, damit es keiner sieht. Versuch es nicht, schön zu reden. Versuch es nicht, schön zu schneiden. Versuch es nicht zu rechtfertigen. Für Jesus ist Sünde Sünde. Und dann wird sich unsere Argumentation auch nichts daran ändern. Aber Gott weiß, dass sein Heiliger Geist, dass sein Feuer, die Kraft hat, unser Inneres zu verändern, unser Herz zu verändern, und dann sind wir erst in der Lage. Und dann sind wir in der Lage, in Heiligung zu leben, zu leben. Es gibt kein anderes Weg. Und wenn das Feuer in unserem Herzen kommen, wird der Regen über Osnabrück kommen, weil Gottes Gemeinde voll seines Feuers ist. Und dieses Feuer erkennt man von Weitem. Und dieses Feuer kann man nicht kopieren. Und dieses Feuer kann man nur empfangen. Dieses Feuer kann man nur empfangen. Wenn Gott sein Feuer gibt. Wenn Gott sein Feuer gibt, sein Feuer, mehr ist nicht nötig, aber weniger ist zu wenig. Mehr ist nicht nötig, als sein Feuer. Aber weniger ist zu wenig. Weniger ist zu wenig. Elia hat gebetet, dass es nicht regnet. Keine Vergebung für das Land. Dreieinhalb Jahre. Jesu Dienst dauert dreieinhalb Jahre auf dieser Erde. Und Elia rief alle Menschen zusammen. Und er sagte, wenn Gott, der Gott, der mit Feuer antwortet, es ist der wahre Gott. Sie brachten einen Stier, ein Opfer da. Jesus hat sich da gebracht. Jesus ist das Opfer, das all unsere Sünden tragen kann. Jesus ist das Opfer, das all unsere Schwachheiten tragen kann. Jesus ist das Opfer, das alles auf sich nimmt. damit wir nicht mehr mit Sünden spielen müssen. Dass wir nicht mehr mit Sünden spielen müssen. Und Gott das Feuer wird kommen. Und antwortet. Nachdem das Feuer Gottes kam, betete Elia siebenmal. Er betete siebenmal. Er betete siebenmal, damit der Regen kommt. dass der Dost und sieben steht für Vollkommenheit. Liebe Gemeinde, wenn Gottes Feuer in dieser Gemeinde brennt, wird гореть in dieser Zerkli und wir Gott alleine anbeten, und wir Gott alleine nachfolgen, dann wird der Regen über unser Land kommen, weil das Feuer Gottes in dieser Gemeinde brennt. Es gibt keinen anderen Weg. Sein Feuer alleine kann dieses Wunder tun. Gott allein kann es tun. Ich möchte euch bitten, lasst uns auf unsere Füße stellen. Aber wir werden uns aufpassen. Wir werden uns auf die Seite aufpassen. Wir werden uns auf die Seite mit dem